Wenn man so in der Branche das Stichwort PAX erwähnt, Herr Heubel, dann winken viele ab und sagen, ach Mensch, das ist aber ein alter Hut. Sieht das Visus eigentlich auch so? Welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Das PAX ist für uns, ich möchte nicht sagen ein alter Hut, aber es ist tatsächlich ein Bereich, der sehr standardisiert ist, wenn man das auf den radiologischen Bereich beschränkt. Wir als Visus haben natürlich auch schon seit Jahren vor allen Dingen das PAX II-Geschäft, was für uns der nächste Schritt ist nach dem PAX, das heißt das Bildmanagement außerhalb der Radiologie gelernt. Wir sind auch Marktführer in den Niederlanden und nun gehen wir auch schon seit einem Jahr die nächste Stufe an, das medizinische Archiv, also Medical Archive, wie wir es nennen, beinhaltet nicht nur das Bildmanagement außerhalb der Radiologie, sondern alle medizinischen Objekte und Daten, die im medizinischen Kontext erzeugt werden, binden wir da ein, bilden eine Plattform und konsolidieren so einige Prozesse und bieten, ich glaube und ich bin mir sicher, der IT-Abteilung wie auch dem Anwender mehr Werte, wovon letztendlich die Behandlung des Patienten noch profitiert. Also Funktionen und Wachstum beim PAX gehen über die Radiologie hinaus? Bei weitem, bei weitem. Also wir sind auch schon, also wir haben sehr viele Kunden im deutschsprachigen Bereich, die zum Beispiel operative endoskopische Abteilungen, Sonografieabteilungen eingebunden haben oder zum Beispiel EKG-Abteilungen, das heißt die EKG-Geräte sprechen ja heute mittlerweile auch DICOM oder eine andere strukturierte Sprache wie zum Beispiel XML, die können wir einbinden, anzeigen, die dem Anwender Befundungsmöglichkeiten geben und eben der nächste Schritt ist Funktionsabteilungen einzubinden, die auch Dokumente erzeugen und zu uns überbringen, sodass der Anwender alles in einem Viewing hat. Visus hat ja nun ein spezielles Geschäftsmodell. Wollen Sie dazu ein, zwei Sätze sagen? Das spezielle Geschäftsmodell ist eigentlich dem Kunden einen, ich möchte fast sagen, perfekten Service zu bieten. Also dadurch kennzeichnen wir uns. Natürlich neben dem guten Produkt ist es so, dass wir glauben, sehr nah am Kunden dran zu sein. Wir haben zum Beispiel den Standort in Bochum, an dem wir entwickeln, von dem wir auch die Serviceleistung erbringen. Wir haben keine Hotline, die da vorgeschaltet ist. Ein Kunde, der eine Frage an uns hat, trifft direkt einen qualifizierten Mitarbeiter, der ihm hilft. Das ist, glaube ich, eines der wichtigen Punkte, neben der Funktionalität natürlich. Bestätigt auch unsere Kundenanzahl. Wir haben, seitdem es uns gibt, keinen einzigen Kunden verloren. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen. Und bauen in den letzten Jahren regelmäßig unsere Kundenvolumina um 20 bis 30 Krankenstandorte pro Jahr aus. Erlaubt übrigens auch, oder erlaubt nur der Standard, der dahinter steckt. Das heißt, der DICOM-Standard, den wir sehr eng halten, der erlaubt sehr standardisierte Migrationsszenarien. Und auch diese hohe Zahl an neuen Standorten, die wir dann umstellen. Für die nächsten ein, zwei Jahre, sehen Sie da eine ähnliche Tendenz? Ich bin mir sogar sicher, dass wir die Tendenz sogar ausbauen können, weil wir jetzt eben das Thema Medical Archive eingehen, sehr stark. Wir werden ab Q3 dieses Jahres die nächste Version rausbringen, die sehr viele Vorteile in diesem Bereich implementiert und eingebracht hat. Und das werden wir den Kunden auch zeigen können und ich glaube, dadurch auch einen deutlich größeren Kundenbedarf decken können und somit, ich glaube, auch die Umstellungszahlen steigern können. Danke, Herr Häupel. Vielen Dank, Herr Lorenz.